hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar hat die firma club land mich angeschrieben wegen einer kooperation und ich durfte mir ein paar stanzen aussuchen und die möchte ich euch dann jetzt gleich zeigen vorab werde ich alles verlinken auch die die sachen die ich mir aussuchen durfte welche alles in die infobox und dann gibt es auch noch ein code von zehn prozent rabatt wer interesse hat der code lautet dann 10 also 10 china aber das werde ich alles in der infobox verlinken ja dann zeige ich euch mal was ich mir ausgesucht habe als erstes dieses hier und hier könnt ihr falls interesse bestehen sollte könnt ihr auch hier drüber über die nummer braucht ihr dann nur einzugeben ja und dann habt ihr das produkt direkt ich würde sagen ich mache das mal auf sieht man doch besser ja das ist hier so ein fenster mit sortieren aber das zeige ich euch dann in dem video wenn ich eine karte basteln dann werde ich die mitverwenden und so einmal die dann das hier ja mit so einem wald wo die camping machen mit dem lagerfeuer ein paar bäume und so das zeige ich euch dann auch und hier ist der code also ja artikelnummer dann das hier dass wir jetzt auch noch mal vorab ist ja die artikelnummer so weiter haben sie doch darauf gemacht wo man auf macht aber dann hier den griff aber dann hier den griff und so haben wir dann noch mal vor in die flügel ja und hier ist dann der korb und dann macht man dazu hat die sonnenblumen da so rein aber das zählt ja dann wenn ich die karte fertig habe die hatte ich mir schon mal bestellt aber hat diesmal verloren gegangen da kann ich euch sogar eine karte von zeigen so ich bin wieder da und zwar so sieht dann die karte aus aber ich würde dann noch mal neu machen extra für globlend die artikelnummer habe ich glaube ich gezeigt ich weiß jetzt gar nicht so ihr lieben wie gesagt ich werde alles verlinken in der infobox auch die artikelnummern bestellnummern und den code also 10tina ja wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen natürlich sehr freuen über kommentare immer und über ein abo natürlich auch bis zum nächsten video so so